Ja, ihr habt es ja gerade schon gesehen, wir hatten heute die zweite Brandschutzübung hier in der Münstrum. Die erste verlief katastrophal, bis Polizei und Rettung vor Ort waren. Das gingen locker 26 Minuten. Heute haben die Jungs und Mädels gezeigt, dass es deutlich Züge ergeht. Einige Anfangsfehler waren noch da, aber das werden sie jetzt noch auswerten. Und der nächste Einsatz ist bestimmt ganz anders. Also es war eine Brandstiftung im TV-Radio bei der Münstrum. Es hat sehr doll gequimt und die Brandursache war der offene PC. Und wir hatten auch Probleme zum Atmen. Manche haben sogar danach gehustet. Und wir wissen halt auch nicht so ganz, wer das war. Ja, und Passanten und die Polizei haben uns selber den Weg versperrt, dass sie selber wissen, dass wir eigentlich helfen wollen. Spirulieren Das war der Spirulieren Geräusche Sitz